Moin und herzlich willkommen auf unserem distribuischen YouTube-Kanal. Wir machen hochwertige Rohstoffe online für dich verfügbar. Heute zeigen wir dir, wie du diese Kürbis-Duft-Messweb Pumpkin Spice-Duft herstellen kannst. Alles, was du für dieses DIY benötigst, findest du jetzt eingeblendet. Zuerst schmelzen wir unser Sojawachs bei 75 Grad im Wasserbad. Dann fügen wir unsere orange Wachsfarbe hinzu. Wenn die Pastillen im Wachs vollständig aufgelöst sind, lassen wir das Wachs ein wenig abkühlen. Bei 65 Grad fügen wir unser Duftstoff Pumpkin Spice hinzu. Da Pumpkin Spice jedoch bereits ein starker Duft ist, fügen wir unsere Duft-Mess 6% hinzu. Dann ist es Zeit zu gießen. Wir erwärmen die Form mit einer Heißluftpistole und gießen unser Wachs bei 60 Grad in der Form. Wenn die Duft-Mess genügend abgekühlt sind, entformen wir sie vorsichtig. Wir geben dem Duft-Mess ein paar Stunden Zeit, um vollständig auszuhärten und den Duft mit dem Wachs zu verbinden. Dann anzünden an diesen schönen herbstlichen Duft genießen. Danke fürs Zuschauen! Folge uns auf Instagram und vergiss nicht, uns zu markieren, damit wir deine Kreation sehen können. Wenn du Fragen hast, hinterlässt uns gerne einen Kommentar oder schicke uns eine DM. Abonniere unseren Kanal für kreative DIYs wie dieses. Wir wünschen dir eine kreative Woche und bis zum nächsten Mal!